The power of the dark side Alles töten hier drin? Ja Ja Wir haben noch die Quest Ich wollte ja nicht so sein, gell? Aha Oh, du hast eine Generalkraft unter Gefahr, wo vom Todesstern... Du musst irgendwo, Obi-Wahnsinn Juhu, Juhu, großer Ja, ich habe noch mal gesagt Oh, frei, weg über Beton drüber Ja, das ist genau Euer Ha, 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 ha Hehe Oh, hier ist noch wer. Oh, da war noch ne Quest. Den Hauptgenerator abschalten. Was ist dieses komische Ding, was sich auf der Karte dreht? Wir müssen hier noch einen Droiden abschalten. Ja, das ist so ein Bereich. Wir müssen in die Nähe kommen, ich möchte ihn nicht kaputt machen, dass es dann nicht für alle zählt. Wo ist der Herr Imperator? Ich brenne. Oh, da geht's. Mir fehlt noch einer, ich hab die Mission noch nicht fertig. Schlaf bei mir doch, ja. Ihr habt mich alle überholt. Nicht wahr. Nö. Doch. Nein. Stopp. Ja, gut. Gut. Im Hinblick. Ich bin gerade frisch worden. Ja. Ah, ihr habt die durch die andere Quest, deswegen seid ihr bei mir so weit vorne dran. Und ich hab auch noch zwölf Minuten geboost. Und ich muss kurz gucken, welche Seite wir hoch müssen. Da vorne leuchtet auf jeden Fall was blau, dekundäre Sicherheitsschnittstelle. Ja. Genau, und dann, eigentlich ist der Rest rechts oben. Ja. Ja. Ich drück einfach mal drauf. Ja, zu fest gedrückt, Maschinen kaputt gemacht. Typisch. Typisch. Ja, hat noch ein bisschen gut in mir. Ich hab da was zurückgerät gekommen. Ich hab gar nichts abgefasst. Ja. Das kam von einfach. Ähm, von alleine. Das war schon so. Ja. Mach's wieder ganz. Du musst doch was getrickt haben. Nee. Nur angemacht. Die ganze Zeit shift drücke. Ah, zum retten. Ah! So ne argkrankheit. Oh, ist das Gegner? Gegner! Einfach rein und du guck. Einfach, ruck doch. Out. Okay. Mehr Wut, alles klar! Das war's. 236 Rüstung mittelschwer. Vielleicht keiner brauchen, ne? Ich kann nur Leicht tragen. Ihr Leid, ihr Leid, ihr Leid, sie rennt wieder weg. Ah ja, das sind wir doch gewöhnt. Ich hab ein Licht aufgestellt, damit alle Motten zu mir kommen. Danke. Schneller als Kleiderletz. Uh, kleiner Humor. Bei mir gibt nichts Neues. Ist das jetzt direkt auf alle Tiere über Draht, dass es schneller geht? Ja. Wow. Was hast du denn gerade abgezogen? Ich? Hm. Dieses Machttempo. Jo, ich bleib da mal hier, ne? Ich bin doch hinter dir. Ah, okay. Ich bin irgendwie von Haus aus langsamer. Doch, nein. Ah. Wie war das? Gott lässt kleine... ...lässt Menschen nur so lange wachsen, bis sie perfekt sind. Ach, ja. Also hier ist wieder eine Gruppenphase, wieder irgendeine, was weiß ich, Helden-Quest oder so. Oder irgendeine andere Quest, irgendwas Gemeinschaftliches. Ben-Story-Bereich haben hier Betrayton. Du kommst dann immer in so einen Riesenraum und denkst dir, was ist doch, was geht doch ab? Und dann ist es ein Computer. Oh, okay. Ja. Darf Lakris? Könnt ihr mich hören? Ich fahre jetzt die Barrikaden der Balmoranischen Waffenfabrik herunter. Ich höre euch sehr gut. Die Alte wieder. Wir scannen jetzt das Innere. Irgendwie... ...wiederzuleben erwacht. Jemand muss diese Spörung unterbinden. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin Großmarschall Cicchetta, ehemals von der Republikan... Cicchetta? Das hat mir auch grad gedacht. Oh, Mann. Ähm. Ihr seid also der stolze Anführer dieser Feigenmemmen? Wenn sie so feige sind, wieso habt ihr sie dann in all den Jahren nicht besiegt? Ich bin nicht so dumm, wie ihr annehmt. Als mir klar wurde, dass ihr unsere Verteidigung ausschalten wollt, habe ich ein paar Freude geschickt. Jedi. Ihr Jedi-Ritter Rallon Nüs. Hier der Tempelkopf. Frische Freiwillige, die eine Auszeit genommen haben, um sich dem Balmoranischen Widerstand anzuschließen. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Hier mit. Ihr habt diese Leute in den Tod geschickt. Das will ich nicht. Oh, Fauxi! Lachter! Los, los! Ja, los, los! Oh, Blauslichtschwein hab ich, aber... Wo ist er? Hoch mit dir! Und schon ist er kaputt. Aber es soll da. Es ist mehr wie er weiß. Ja. Trinkt nur nix, wenn sie auf dem Boden liegen und schlafen. Nix zum Looten? Junge, Memmen! Könnt ihr mich hören? Der Kanal ist noch offen. Hat der Kette einen Baby geschickt? Einen? Es ist meine Zeit. Wie du aussiehst! Wenn ich nicht jemanden umbringe. Ich gebe zu, es war nett anzusehen. Und der Zeitpunkt könnte besser sein. Meine Leute führen einen vollständigen Scander-Fabrik durch. Jetzt, wo die Verteidigung deaktiviert ist, ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Sith Lord, wir empfangen ungewöhnliche Signale aus dem Innern der Anlage. Es scheint eine Hyperraumboje zu sein. Das kann doch nicht wirklich sein. Sie müssen Jahrzehnte dafür gebraucht haben. Unterschätzt Ihre Techniker oder Ressourcen nicht. Was kann sie? Theoretisch können Raumschiffe der Boje folgen. Und innerhalb des Systems fast direkt über der Oberfläche aus dem Hyperraum kommen. Die Republik fliegt Verstärkung direkt zur Balmoranischen Waffenfabrik und umgeht unsere Verteidigung. Gouverneurin von Balmoran zu sein, ist wohl doch nicht sehr einfach. Ich war auch nicht auf der Suche nach einer einfachen Aufgabe. Scannt nach feindlichen Transportern, die sich der Fabrik nähern. Empfange Signale. Da draußen sind Dutzende von Schiffen. Nach der Silhouette zu urteilen republikanische Sondereinheiten. Triumph-Klasse. Genau wie im Krieg. Mehrere Angriff-Teams, strategische Ziele, ein Jedi pro Tropf. So haben Sie ganze Planeten eingenommen. Sie wissen, dass wir Sie orten. Sie beeilen sich jetzt mit den Lande-Vorbereitungen. Wenn Sie unterwegs zur Fabrik sind, können wir Sie vom Boden aus aufhalten. Einverstanden. Schaltet die Lande-Plattformen und Lenksysteme aus. Ich schicke Angriffsstaffeln, die diese Schiffe vom Himmel holen werden. Wenn Ihr mich jetzt enttäuscht, gehen wir mit Balmoran unter. Das Wort kenne ich gar nicht. Nein, ich auch nicht. Was ich gerade so witzig fand, diese eine ruhige Minute. Jeder kenne sich an. Oh, jetzt habe ich dunkel. Oh, ist das schön. Oh, ist ein Gespür für den Fahrstuhl. Äh, den schnell drauf kommen. Ja. Bauxi? Hm? Sie versteckt sich noch nicht. Bei mir sah das hier aus, als wäre sie in Phasenverschiebung. Nein, ich war dabei. Ich bin dann immer zum Lichtschutz gezogen. Weg, Wahnsinn. Ich bin dann immer noch extrem langsam. Schrei sogar. Okay, hier haben wir jetzt wieder einige Quests. Fangen wir da drüben an. Ich brauche irgendwie schnellere Schuhe. Ich mag den Hexer. Geht's hier, Nalo? Also, wir gehen jetzt das am weitesten entfernte Gebiet. Wir gehen zuerst. Du bist ein Navigator. Ja, ich warte nur, bis alle aufgemontet sind. Denn du bist ein Ventiler. Moment, hier links ist hier auch ein Schnellreisepunkt. Oder ist hier nur ein... Nur ein Heilpunkt. Perfekt verkaufen. Die hast du mir jetzt irgendwo verpasst. Was, wir können hier verkaufen? Kein Problem, mache ich gerne. Ist die Schrott verkaufen? Halbes Inventar leer. Ach, scheiße! Hehehe. Kieche! Leben Sie wohl. Woh, der trüttelt immer noch Epäerin, weil wir sind doch schon wieder fortgerennt. Betonente war zuerst. Ja, ja! Ich hab ne Aufnahme, weil die Beweise ist. Es war hinter dir. Nein, wir können jetzt nicht sch culpen. Mach. Ne, wir können nicht. Da drüben ist noch so einer. Antenne. Boah, hier haben wir es weiter, oooohh! Oh, mir kommt es sogar mal drauf, frage, die haben auch gestarnert. Oh, oh, wir dürfen jetzt, ich weiße, hat er bei euch das auch gesagt, nackt im Giftmüll baden? Nee. Michelle hat mir jetzt einmal geflogen. Warte, wer hat dich zusammen geflucht? Bei der Typ wegen diesem Serum-Dings-Dings-Dings-Dings-Ding da. Ist wohl der so rumgejammert hat? Ja, ja. Deinem Sohn. Tschüss, Frau Hopsi. Was, warum? Frau Hopsi. Äh, das ist jetzt wieder eine Femmich. Er müsste erst die Spritze aktivieren. Äh, oben rechts das... Ja. Und dann da reinspringen. Mhm. Für jeden Einzelnen, gell? Ui. Was für Spritze? Oben rechts hast du ne Spritze. Die grünen, äh, ähm... Ne, irgendwie hat die die Mission auch gar nicht, oder? Nein, er kann einfach so, glaub ich, mit rein. Ne, ich bin aber bei Pauxid. Find ich gut. Das ist jetzt ein Jump'n'Run. Find ich nicht gut. So ein bisschen. Ich komm... Irgendwie nicht... Doch, ich bewege mich. Hm. Ich fahre jetzt gleich genau mittig rein. Oh, ich fahre jetzt gleich genau mittig rein. Bitte? Ne, ich bin rausgekommen. Er ist direkt da. Also selbst nachdem wir jetzt die Spritze haben könnten wir theoretisch reinfallen, aber ich würde es nicht ausprobieren wollen. Ich musste grad sprengen, ich bin halb tot. Ich muss mich erstmal hochheilen. Unten ankommen ist eh alles tot. Ja, ja. Na, kriegst du regelmäßig Schaden, weil du da rausgehörst? No. Hast du da jetzt schon rausgeharmt? Pst. Ich glaub mir meine EP vom Griff. Wie die Klische doch trotzdem. Echt? Oh. Ja. Ihr kriegt beide EP. Ich bin aufgestiegen. Ui. Du hast es nur ein bisschen einfacher jetzt. Ja, du wolltest doch kämpfen. Viel Spaß. Wo ist denn? Ja. Sag mir bitte, dass du... Ach da. Na na na. Nicht so nah. Wo? Weil es noch nicht so wenig war. Ist aber gar nicht tot. Der kommt ihr gleich wieder. Oder war der schon tot? Nein. Ähm. Ich bin versteinert. Aber okay. Ich stehe hier versteinert rum. Oh. Aber er ist tot. Ja. Ja. Das ist jetzt besser. Ja. Ich habe das Artefakt an mich reißen können. Wieder gekleidet, wo da draufsteht. Ja. Woho. Ja. 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 Aber doch. Ja. 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 Oh scheiße. Was hat dich jetzt erwischt? Ja, ich bin mal die Seite abgesprungen Mit wem hast du gesprochen? Und hat ein Holo? Oh, ich muss mal mit meinem Hologramm reden Sif, ich meine mein Lord, ich meine ich bin's, Major Ilu Werde ich euch Idioten denn niemals los Äh, nun, dann machen wir es schnell Kriegst du das Hologramm auch mit? Ja, also als neuer Ressourcen, ob ich sie ja hier auch bei Laura Ich wollte ihm hier nur für das Verhalten des verstorbenen Major Bessica entschuldigen Sein Sohn war nicht in einer krascher Mission unterwegs Und der Major hatte kein Recht, eure wertvolle Zeit zugegeben Wenn du da fertig bist und dieses Dings aus der Wand geholt hast, hast du ein Hologramm Ich hab ja auch was davon gehabt Nein Ich hoffte nur, ihr würdet euch erinnern, dass ich euch geholfen habe, zu finden, was ihr suchtet Ich hab kein Hologramm Was ihr suchtet Ich belohne alle Dienste, die man mir leistet Ihr werdet hier auf Balmora immer willkommen sein Ich bin äußerst dankbar Keine Ursache Hm Ja, dann viel Glück mit dem, was ihr so tut Jetzt geht's hoch, hoch, hinaus Woll, ich häng irgendwie an der Kante und dann... Egal, warte ich mich auch wieder unten ist Ähm... Na super... Warum wirst du besiegt worden? Ich bin runtergefallen, von dem komische... Von dem am Ende? Ja Danke, dann bin ich doch die Einzige Was ein Scheiß Auf welcher Seite seid ihr denn hier runtergesprungen, wenn ich... Ah da Ich hab's geschafft Warte Ich hab das jetzt eh nicht Muss man dann alles von neu machen Nein Nein Und du bist dann draußen und hast eigentlich ne Abkürzung genommen Ich hab's aufgeschafft, weil ich jetzt nicht irgendwo falsch reintrete Ja, warte Plus Wochen kann keiner von uns, gell? Oh oh Und du bist dann hier Schreie Es ist Irren Es ist , Es ist Aus ... ... ... ... ... ... ... diese ewige im kreis gelaufen ich muss sagen ich fand die abkürzung ganz okay irgendwie auf meiner karte gar nicht ja er ist einfach gerade aus und seid ihr irgendwann bei uns aber das irgendwas nach dir geflogen oder irgendwie hat weder streis ja man hier habe ich irgendwie wieder schrott ja ich hatte wieder schrott leben sie wohl was gibt es denn da auf der seite ja wir müssen noch so ein paar sachen hier machen gz beton danke sehr sehr lieb ich hab's nicht mit kreis ist doch alles okay ich wollte mal was doofes sagen tust du das nicht ständig ich mag dich auch ich hab's mir gedacht weil das schon sehr böse ist bin ich gewohnt so das ist ja heute du denn seite guck mal guck mal guck mal sehe ich da rauf frei doch ja siehst du da guck weg gefälligt Das war eine richtige... Ja, das sind die kriegslosen Joes. Irgendwie habe ich immer noch kein neues Oberteil. Seit 100 Jahren. Wie gehe ich denn du jetzt wieder vor das Haus? Dafür, weil wir nicht vor sind. Rollkrakepulli, bitte. Wir sind doch nicht im Sommer. Das ist immer die Heizung. Es ist kein... Achtung! Was dann? Unbesiegbar. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn die gestorben werden. Ich hätte diese weggeschmissen. Unsere Schiffe nähern sich dem republikanischen... Irgendwie habe ich halt damit gerechnet. Verstört weiterhin die Landbeplätze. Und es wird den Feind keinen Kommen mehr geben. Irgendwas Sniper durften. Ja, oben der. Okay. Okay. Woh. Na ja, das hat nebisch. Vielen Dank. Vielen Dank.